Hallo liebe Fans, wir hatten gestern eine sensationelle Nacht. Wir haben im Achtelfinale Frankfurt rausgeschossen, leider ohne euch. Aber wir haben gewusst, dass ihr uns immer wieder im Fernsehen unterstützt habt. Jetzt gehen wir auf Deutschland und wir werden auch wissen, dass ihr uns weiterhin im Fernsehen unterstützen werdet. Wir werden als Mannschaft für den Verein alles geben, dass wir so weit wie möglich kommen. Ich hoffe, ihr werdet uns zahlreich vor dem Fernsehen weiterhin unterstützen. Bis bald! . Ich freue mich, ihrходит. Dann mit der Schlage flügel. Ich bin ein und ich bin ein. Dann gekommen uns nicht. Ich kann euch etwas, was es. Ich bin ein und ich bin ein und ich bin ein und ich bin ein. Vielen Dank.